Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich habe doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Aber du warst dort. Mein Name ist Peter Müller. Kommandant des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. Wir werden unsere Städte von den Eindringlingen befreien. Und den Feind vernichten, schlagen. Ach Mann! Es ist doch sowieso bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Es ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können Sie es eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja. Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streunder, und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du mir bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertraue auf unser Steck. Vertraue auf Deutschland. Vertraue auf uns. Was? Kerz, los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Was passiert mit denen? Die kriegen das, was sie verdienen. Scheiß Feiglinge. Gemeinsam sind wir stärker. Vergessen Sie das nicht. Anton Heinz, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton Heinz, rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton Heinz, ein Huberkommando, gehen jetzt in Position. Anton Heinz geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch! Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen. Damit uns das nicht auch passiert. Geschichtsbereich! Assess es? Ein Vorsatz zum Losben. Entfernen Doesn discovering applied Secretaries arenikleamm부! Erh das schnauze 누가 Yukimisch angelt! Ihr bittenicas觉! Nah, seid ihr echt nicht! Der Schnauzeysłulan alt wird, können wirklich £5,5 könnte zurück x je rienulan. Deskuligen! Schnauzeimat. An war curve! Das sind unsere Leute da drüben. Wir müssen ihnen helfen. Amerikanische Infanterie vor Ort. An das AMG-Feuer. Vorsicht, Faint geschützt! Brechen Sie durch die Barrieren, Gatsch! Das ist doch irgendwo raus! Alle Mann bereit halten! Der Reich ist sicher! Anton 1 an Oberkommando! Schienen sind frei von Falten! Gute Arbeit, Anton 1! Herr Wutz, gegen einen Krieger haben Sie keine Chance! Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie! Sie haben es gehört, Gatsch! Vorrücken! Ja, Kommandant! Sherman! Sie rücken vor! Der Schuss ist abgeprallt! Das Ziel ist erledigt! Voll rett, Schwarzer! Das war's! Panzer sind erledigt! Gute Arbeit! Wir sind noch nicht fertig! Wir müssen alle amerikanischen Truppen ausschalten! Wir sind, die Kluken 100 km bis zur Verfügung! Nichts! Widerstand die Mannschaft nichtiedzieć von verdanken! Sie nicht gerne! Wir müssen uns in der Lage combo! Wir müssen die Kuchen für das. Wir müssen in die Hand vor. Wir müssen die Erバüge... Vorrücken und Verteidigung zerstören. Ziel ausgescheitert! Verdammt, weiter raus! Alles fertig! Die Amerikaner laufen davon! Stefan hat ihnen Angst gemacht, hä? Artillerie! Anton 1, schalten Sie die Artillerie-Stellungen auf dem Hauptplatz aus! Nicht wieder hoch! Alle Artillerie-Stellungen müssen zerstört werden! Befehl bestätigen, Hartmann! Jawohl! Oberkommando hier Anton 1, Befehl bestätigt! Rücken jetzt zum Ziel vor! Die Artillerie anvisieren! Die Artillerie anvisieren! Wir haben hier eine Menge Gegner, Kommandant! Gnade ist Schwäche! Ich werde meine Mutter stolz machen! Die Artillerie-Stellung zerstört! Jetzt machen wir dasselbe mit der anderen! Die Artillerie-Stellung zerstört! Die Artillerie-Stellung zerstört! Jetzt machen wir dasselbe mit der anderen! Das müsste die letzte Artillerie-Stellung gewesen sein! Das wäre erledigt! Anton 1, weichliche Panzerdivision versucht sich anzustellen! Die Artillerie-Stellung schreit! Mein Gott! Das ist eine Falle! Mein Gott! Schnauze, Hartmann! Wir können sie nicht abhängen! Kerz! Sehen Sie zu, dass wir immer irgendeine Deckung haben! Schröder und Hartmann! Sie feuern nur, wenn Sie ein Ziel haben! Ich denke, wir sind starten klar! Was in aller Welt ist das? Keine Ahnung! Gegen deinen Raketenpanzer? Sie zerstört! In dem Gebäude da! Schnauze! 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 Der macht keinen Lutz mehr! Wir sind getrunken! Schnauze! 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 Geschafft! Das war der Letzte! Wir haben's geschafft! Mein Gott! Ich kann nicht! Das war verdammt knapp! An alle Panzereinheiten! Brücken Sie zum Sammelpunkt vor! Attackieren Sie alle feindlichen Einheiten und jagen Sie die Angreifer aus der Stadt! Kerz! Bringen Sie uns zu dieser Position! Ja, Kommandant! mit Schnauze! Dann spazier dich. Dann spazier dich. PAAK! Be fats tellinger dich! Schnauze! 관ver dreidel headache Bin ich? Geh weg, huh? Das Ziel ist erledigt. Scheiße, Schämen! Hinterhalt! Feuer! Schämen! Da! Diese Wasserhände sind verrückt! Die haben keine Chance gegen Tiger! Ja! Schämen! 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 Seid ihr da? Seid ihr verrückt? Wir dürfen den Eingriff nicht abbrechen! Das ist Selbstmord! Wir werden alle draufgehen! Seht ihr das denn nicht? Wir werden hier nur sterben! Das sind einfach zu viele! Wir sind gleich an der Brücke! Machen wir einfach unsere Arbeit! Meist neutralisiert! Gute Arbeit! Gute Arbeit! Schämen! 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 Noch mehr feindliche Panzer! Wie viele Panzer haben Sie wohl? Ganz ruhig! Sollen Sie noch kommen? Sollen Sie noch kommen? Vollstreffer! Zwei Uhr! Treffer bestätigt! Viel zerstört! Scheiße! Klar, mein Panzer! Nicht die anderen Panzer! Jetzt sind wir auf uns gestellt. Kerz, wir rücken vor! Fahren wir! So schnell es geht! Komm schon, Stefan! Reiß dich zusammen! Das wird erledigt! Kommandant! Kommandant! Urlaub auf! Auf Schäden überprüfen! Jawohl! Statusbericht! Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann! Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung! Vertrauen Sie auf unsere Stärke! Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten! Euer Gott noch mal! Sie sind zu wichtig! Das können wir nicht riskieren! Und ich, ich bediene das Geschütz! Dann mache ich das eben! Nein! Sie müssen fahren! Aber Hartmann! Der ist doch eh eingeschlagen! Austauschbar! Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer! Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie! Ach Gott noch mal Müller! Nein! Der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte Peter! Ich kann wirklich... Aus aus dem Panzer Hartmann! Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun! Und das gilt für jeden hier! Was für Sie hier? Ja? Ich bin nur noch in der Verfassung! Ich bin nur noch in der Verfassung! Ich bin nur noch in der Verfassung! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020